Du solltest dir mal Maxtail reinpfeifen. Ist wie ein Cocktail, hau dich aber voll nach vorn. Bring deine Sets auf Vordermann. Das nenn ich mal hübsch. Na wie geil ist das denn? Zweimal am Automaten gezogen. Einmal Jackpot. Die Mondsteine. Ohne Scheiß. Und direkt daneben den zweiten Jackpot. Ihr kriegt mit der Verweignung. Was geht denn hier ab? Ist ja mal göttlich. Ist ja mal geil. Also wie wahrscheinlich ist das denn? Zweimal Jackpot. Unglaublich.